Ich will meine Wohnung unter euch haben. Und wird unter euch wandeln und wird euer Gott sein. So sollt ihr mein Volk sein. Leviticus 26.11 und 12 Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Hezekiel 37.27 Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Apostelgeschichte 17.24 Denn in ihm leben, leben und sind wir. Wir sind seines Geschlechts. Apostelgeschichte 17.28 Wisset ihr nicht, dass ihr Gottestempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1 Korinther 3.16 Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. 1 Korinther 3.17 Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst? 1 Korinther 6.19 Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes? Wie denn Gott spricht? Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. 2 Korinther 6.16 Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach. Siehe da, die Hürde Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21.3 Untertitelung des ZDF, 2020